Sie müssen... So. Äh... Den Kolb ist dumm. Ähm... Ähm... Also die genauen Menge, um die Kiste noch voll zu kriegen. Jetzt wird's auch in Minecraft wieder nach. So, lala. Ähm... Ich könnte hier auch gleich schon mal Wolle rein tun. Äh... So... So. Erste Kiste mit Stein. Voll. Das ist doch schon mal gut. Äh... Dann... ähm... Sachen, die ich schon... Äh... 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 Dann... Dann... ...mach... ...tun wir alles in eine einzige Kiste... ...zusammenfassen. Die ist eh leer. Hoppla. Dann haben wir hier oben auch wieder ein bisschen Übersicht und müssen dann halt immer ins Lager reingehen. Aber... Aber... Äh... Ganz ehrlich. Das ist doch egal. Das ist doch egal. Aber... So... Äh... So... Ich hab total vergessen, dass ich hier hier noch... Ähm... Ach... Ach... So... Kees ist sogar der Doppelkiste... Ja... Ich denke, dass wir dann eigentlich auch wieder reichen. So viel Kees werden wir dann auch nicht brauchen. Ich bin nicht so ein Fan von Kees wegen in Minecraft, sondern tatsächlich dann... Von diesen Stoneslabs hier... Und zwar hat das ganz praktische Gründe... Weil man auf Stoneslabs Abhänge machen kann, bei denen man nicht springen muss. Das ist der einfache, aber simple Grund... Warum ich diese bevorzuge. Weil... Weil... Ich halt einfach... Faul bin... Und nicht... Springen will... Wenn ich einen Weg entlang laufe. Na, das passiert hier in der Realität auch nicht. Ne? Stell dir mal vor, das müsste man. Wie affig würde das denn aussehen? Also wirklich jetzt. Bei Küche. Stell dir mal vor... Wenn man... Ne Treppe hat, die... Also wenn man halt zwei Stufen auf einmal nimmt... Ist ja quasi... Faktisch ne Treppe dann. Also ne Treppe ist ja... Ne. Warte, wie sag ich das jetzt am besten? Ein Block sind ja... Zwei Treppenstufen. Quasi. Und... Wo ich über Treppenstufen nochmal hochlaufen kann. Und über Blöcke nicht. Ist das dann doch eigentlich in etwa gleich bedeutend, wie das äh... Zwei Treppenstufen... Ein Block sind. Das heißt, wenn man... In Realität... Wenn man... Zwei Stufen auf einmal nimmt... Einfach... Springen muss nach oben. So... Boing, boing. Na? Will doch keiner machen. Das sieht doch total affig aus. Und ich muss zu meiner Verteidigung sagen... Ich äh... Wenn ich Treppensteige nehme ich grundsätzlich immer nur die... Jede zweite Treppe... Außer der Münchner U-Bahn. Da nehme ich tatsächlich... Immer... Jede Treppe einzeln. Auch bei den Rolltreppen. Na, was heißt... Besonders bei den Rolltreppen. Oh nein... Ich gehöre zu der Fraktion, die auf der Rolltreppe demonstrativ... Auch nach... Oben geht... Nach unten nehme ich grundsätzlich nie Rolltreppen... Weil ich sage... Nach unten... Kann sie auch zu Fuß gehen. Du wirst sogar schneller, wenn du nicht die Rolltreppe nimmst. Das ist halt wirklich so... Auf der Rolltreppe immer dann die ganzen Leute stehen. Wenn man dann sowieso nicht vorwärts kommt. Ich kann mir aber nichts dagegen machen dann. Äh... Aber gut. So... Was kann ich jetzt eigentlich machen? Ach genau... Ich hab Holz gesammelt für neue Werkzeuge. Oh... Gut... Hm... Oh... So... Machen wir das gleich mal. So, würde ich vorschlagen, machen wir... 12 spitzhacken das war doch gut oder ich bin auch immer gerade sehr viel am gähnen das passiert mir in meinschaft irgendwie öfter ich bin gerade bei der versuchung jetzt einfach mal stehen zu bleiben und das ganze die nase im speck so nehmen lassen wir das immer so jetzt habe ich das schaf um rief der stavo hier ist sir kann man so anbieten ich sollte doch noch weiter auf den berg dann gehen ist von dieser seite nicht wirklich gut möglich scheint Aua So, wenn man da hinten kommt, man jetzt hier rauf Das hier würde sich perfekt anbieten für so eine kleine Kaststraße Oh, die Ruhe ist so klein, du alter Alter Barm Also, wenn ich genug Alter, nicht im Ernst Also, wenn ich hier dann Achso, man fällt runter Achso, das ist kein Bug, das gehört zum Spiel Okay Kessel auf die Höhe noch zu bringen Wäre das schon mega mäßig Also, hier haben wir dann richtig Platz nach vorne raus Und hier der Ja, hier der durchringen wird auf jeden Fall Relativ breit Und ich glaube hier machen wirklich eigentlich nur so einen kleinen Graben durch Wo dann halt links und rechts davon etwas höher ist Okay Gut Aber damit würde ich auch fast sagen Verabschieden wir uns heute Wieder Für heute Denn Ich merke es gerade an meiner Müdigkeit Ich glaube, es ist keine gute Idee Jetzt noch großartig länger weiter zu machen Wir sehen gerade so unseren Spawnpunkt Wir sehen auch unseren Wald, den wir noch abholzen müssen Worauf ich aber noch gerne warten würde Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Bis dahin Und Auf Wiedersehen Save schneller Danke Tschüss Tschüss Tschüss